Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute Felix Lobrecht mit fiesem Köln-Spruch im E-Werk. Er surft gerade auf der absoluten Erfolgswelle. Comedian Felix Lobrecht hat nicht nur den erfolgreichsten Podcast Deutschlands, sondern auch seine Tour-Hype ist regelmäßig ausverkauft. Am Montagabend machte der Berliner Halt im Kölner E-Werk und spielte den ersten von zwei Abenden vor ausverkauften Publikum. Sexistische Sprüche und solche, die unter die Gürtellinie gehen, Felix Lobrecht, feuerte anderthalb Stunden einen unangebrachten Gag nach dem anderen raus. Doch die sind bei Lobrecht absolut angebracht und kommen bestens beim jungen Publikum an. Denn wer kann dem Berlin-Prollo mit seinem Pseudo-Macho-Gehabe und dem charmanten Lächeln schon widerstehen? Trotz seiner steilen Karriere ist der 30-Jährige, der sich selbst noch nicht ganz als Erwachsen sieht, so herrlich auf dem Boden geblieben und spielt immer wieder ironisch auf seinen Erfolg an. So begrüßte er das Kölner Publikum mit den Worten Auf die Frage, was er unbedingt über Köln wissen müsste, bekam er eine Antwort aus dem Publikum, dass Düsseldorf schöner sei. Doch auf den Rheinkonflikt wollte der Berliner erst gar nicht eingehen und meinte, hört mir auf mit diesem Köln-Düsseldorf-Ding, für mich seid ihr alle Neues und war sich nicht so ganz sicher, ob es Neues überhaupt gibt. Lobrecht wurde zwar in München geboren, wuchs aber mit seinen zwei jüngeren Geschwistern bei seinem alleinerziehenden Vater in Berlin-Neukölln auf. Seine Mutter starb, als er fünf Jahre alt war. Er flog wegen seines auffälligen Verhaltens vom Gymnasium und machte dann aber den Realschulabschluss und holte seine Fachhochschulreife nach. Später studierte er, das wissen die wenigsten, Politikwissenschaften in Marburg. Bekannt wurde Lobrecht dann 2015 durch Poetry Slams, bekam 2018 sogar den Comedypreis als bester Newcomer. Seit 2017 nimmt er wöchentlich mit Tommy Schmidt den Podcast Gemischtes Hack auf. Mit seinen zahlreichen Tabubrüchen mit bester Berliner Schnauze kommt Lobrecht einfach an. So bezeichnet er Frauen als Weiber oder Bitches und schimpft gelassen über Ausländer und Arschficker, fragt sich gleichzeitig, was man gegen Schwule haben könne. Weil die Zuschauer bei seinen hemmungslosen Witzen zunächst, vermutlich aus moralischen Gründen nur verhalten lachten, beruhigte der 30-Jährige seine Zuschauer mit, es macht euch nicht zu schlechten Menschen, ihr dürft ruhig über meine Witze lachen, es sind ja nur Witze. Momentan genießt er den Hype um sich, habe aber Angst, dass die Aufmerksamkeit um ihn irgendwann wieder abeppt, sagte er offen. Er habe endlich Geld und zum ersten Mal etwas, das etwas bedeutet. Er habe Angst, sein Baby zu verlieren. Das machte der 30-Jährige vor allem in den letzten Minuten seiner Show deutlich und wurde dabei unerwartet ernst. In unserer Zeit kann man an einem Tag noch Hallen füllen und alles läuft gut und am nächsten Tag stehst du vorm Rewe und bettelst Leute an, meinte Lobrecht mit seinem spitzbübigen Lächeln und verabschiedete sich mit einer ehrfürchtigen langen Verbeugung. So, das war es schon wieder mit einer neuen Folge von Einfach Wissen. Falls euch die Folge gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten abonniert mich und guckt euch auch das nächste Video an. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Video und ciao! Bis zum nächsten Mal, ciao!